Wenn ich so her sitze, wo ich sitze, kannst du durchführen. Die Stücke mit Fugeln, das ist richtig. Ich will, da kommt es vorbei. Nehmt dich mal vorbei. Franzi, mach dich gut. Franzi, mach dich gut. Franzi, mach dich gut. Da hat uns alle einen. Oh! Franzi, wo wollen wir denn die Kühne haben? Ja, gut. Hoch zu laufen. Oder? Ja, aber trotzdem. Oder? Franzi, was sagst du, um zu fotografieren? Du brauchst einen 2-Euro-Pepper. Den gibt's an der Kasse. Ja, das ist süß. Jetzt mal. Ich bin auch mit dem. Ja, hier geht's doch immer durch. Ich hab eins nach, dann tritt man rein. Ich hab dich auch noch. Beautiful. Great. Wonderful. Have you been here before? Never. Ja, ja. Warten. Ja, ja. Ja, mir geht's noch nicht. Ich kann's ja noch nicht mal aufnehmen. Ich bin jetzt. Ja, das ist ein bisschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist wieder im Gewicht und unter dem Motor. Herr Wombs! 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 der Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt, am Ende unseres Rundgangs, um den wohl schönsten und initiativsten Saal hier auf der Marburg, den Festsaal. Er erstreckt sich also in seiner gesamten Länge und Breite über den Palas und fast, wie gesagt, das komplette Trittlschloch her. Das ursprüngliche Ausstellung des Festsaal ist mindestens genauso prachtvoll gewesen sein Festsaal, dass er ihn sich kurzerhand in sein eigenes Schloss Räsch-Schwanstein pokieren lief. Also wenn Sie Schloss Räsch-Schwanstein noch besuchen sollten, werden Sie den Festsaal der Marburg anzeigen und auch den Sängersaal der Marburg anzeigen. Und nur ein halbes Jahr wieder zuvor fand hier ein großes deutsches Ereignis statt, und zwar das Ursprüngschaften... Was steht da? Das steht da. Das ist doch gut. Wir kommen heute hin. Wir haben heute hier. Wir müssen das rein. 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 Der Stuhl und den Kamin. Oder vielleicht kann die uns jetzt der Trend sagen, wie wir da in den Raum kommen. Prost!